Nein, auf den Spielstand haben wir gefunden. Ja, jetzt ist der hochgekletterte kleine Affi. Dann ist er hochgeklettert. Vielleicht macht er ein Schläfchen jetzt. Wenn er wieder hochgeklettert hat, dann gab es für einen Moment den Hochstand und dann... ... so schnell, dann geht es. Noch nicht, noch nicht. Wenn ihr einen Schläfchen fällt, dann geht es um ein bisschen... ... so schnell wie ein bisschen in die Flasche. ... so schnell. ... so schnell. ... so schnell. Ich glaube, der kriegt gerade einen Mutanfall. Das sieht lustig aus. Da oben ist der Ansel. Er hat doch kein Ohr. Der beißt jetzt. Deutschland. Er tut uns heute herzen groß, wenn du willst. Ich weiß nicht, die sehen aus wie hier im Judo.